Statt SGE kommen jetzt die AI-Overviews. Ja, Google hat es angekündigt, das ist schon längst ausgespielt in den USA zumindest und in diesen Jahren auch später. In anderen Ländern folgend, wahrscheinlich auch in Europa, kommen die KI-generierten Antworten in den Serbs. Was es für uns SEOs jetzt bedeutet, erste Erkenntnisse, viele Fakten, viele Vermutungen, das sage ich in der heutigen Folge. Spaß damit. Ja, die große Befürchtung ist da, dass jetzt wirklich Google einfach die Informationen, die auf Webseiten verteilt sind, jetzt in eine Art KI, was heißt in eine Art, in eine echte KI namens Gemini reingepackt hat, die Gemini KI damit gefüttert hat und dementsprechend jetzt Antworten geben kann in den Serbs. Man sieht es hier in dem GIF-Vorschaubild. Also frisch hier möchte jemand wissen, wie man eine Couch reinigt und ja, dann wird eine KI entsprechend Antwort liefern und man sieht auch direkt, wo dann die organischen Links in der KI-Antwort sind, nämlich jetzt hier unten als kleine blaue Kästen unten drunter passen, kommt natürlich Sponsored Post, also sprich Produkte, wie man denn sein Sofa reinigen kann. Also so viel dazu, so soll die KI dann aussehen, beziehungsweise so sieht sie auch aus aktuell in den USA bisher nur und soll dann später auch, wie gesagt, später in Europa, Deutschland etc. folgen. Und dieses kleine GIF-Bild habe ich hier einfach mal vorgeholt aus dem Search Engine Land Artikel von Barry Schwarz. Barry Schwarz, denke ich, man kennt auch die meisten da draußen hier, der Gründer und Inhaber von Search Engine Roundtable auch immer wieder. Interessant, neben SEO Südwest ist sozusagen der US-amerikanische SEO Südwest Kanal immer die neuesten Google News oder SEO News für uns SEOs da draußen. Also kompakt in einen Blog gepackt. Ja, und Barry Schwarz hat sich halt sehr, sehr intensiv vorab schon mit den Google SGEs in den Google Labs auseinandergesetzt und hat dementsprechend auch einen großen Artikel veröffentlicht am 14. Mai, wo er dann auf viele Dinge eingegangen ist, was denn die AI-Overviews überhaupt jetzt für uns bedeuten. Er schreibt auch hier, dass die AI-Overviews eigentlich ein Part von SGE, also Search Genitive Experience, waren 2023 und seitdem konnte man es in Google Search Labs in bestimmten Ländern eben immer wieder testen. Auch sehr, sehr spannend in dem Artikel zu lesen, dass hier spekuliert wurde, dass Google AI-Overviews und SGE zusammen veröffentlicht. Aber jetzt heißt es, dass die AI-Overviews eigentlich in SGE und Labs integriert sind. Und so, deswegen ist der Name SGE auch gestorben. Wir sollen nur noch über AI-Overviews reden. Letzten Endes egal, hey, wenn sie es alle sagen, AI-Overviews, in den Zeitungen, in den Medien wird darüber auch entsprechend berichtet. SGE ist da mehr oder weniger gestorben. Wir wissen alle damit, was gemeint ist. Eine KI in den Serbs und gut ist. Und hier in dem Artikel sind viele, viele weitere spannende Informationen, wie zum Beispiel, dass die Impressionen, wie aber auch die Klicks über diese KI-Antworten, AI-Overviews, nicht in der Google Search Konsole vorkommen werden. Ist ein bisschen schade für die Optimierung, wenn man besonders für, ja, sag ich mal, Long-Tail-Keywords, für W-Frage-Keywords, wenn man da natürlich KI-Antworten erwartet oder auch sieht, dann kann man natürlich entsprechende Optimierungen vornehmen und kann dann auch sehen, ob wirklich steffig über solche AI-Antworten auch auf die eigene Webseite landen. Und wenn das halt nicht in der Search-Konsole zu sehen ist, dann ist das natürlich sehr, sehr schade und für eigene Optimierungen immer ein bisschen schwierig, weshalb wir wieder mal auf, ja, Third-Party-Tools zurückgreifen müssen. Bin mal gespannt, ob Systrix, Atreus, Semrush, wie sie alle heißen, ob man da auch dann seine Rankings in den AI-Overviews sehen kann oder eben nicht. Auch spannend zu lesen, dass die AI-Overviews auch für Your Money, Your Life, also sprich Geldthemen, Finanzthemen, Gesundheitsthemen auch ausgespielt werden sollen, also eine KI, die dann Gesundheitstipps gibt. Ja, ob das gut geht, bin ich mal gespannt. Aber auch spannend zu sehen, dass, ja, nur die AI-Overviews, also hier wird noch von SGE gesprochen, der Grafik, dass die gar nicht so stark ausgespielt werden, also sprich in 58% der Fällen wurde überhaupt gar kein SGE ausgespielt. Also sprich, sind viele Suchanfragen aktuell in den USA noch komplett ohne KI-Antwort. Das ist erstmal ein bisschen beruhigend, auch für uns SEOs und natürlich auch sehr, sehr beruhigend für uns SEOs zu sehen, dass es eben hier organische Links gibt als Quellenbeweise. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt an ChatGPT, dass die KI das sozusagen als ihre eigene Idee, sage ich mal, als ihre eigene Interpretation immer rausgibt. Letzten Endes wurde die KI natürlich mit den Informationen aus dem Web gefüttert. Hier macht Google eine deutlich bessere Figur, indem sie auch einfach die Quellen nennt. Und interessant wird es halt sein, ob da überhaupt Traffic draufgeht. Wenn ich hier eine Antwort bekomme, wie man hier eine entsprechende Couch reinigt, ob ich dann wirklich noch hier auf irgendwelche Forenlinks oder sonstige weiterführende Links klicken muss als Leser, sei mal dahingestellt. Es wird sich halt einfach zeigen, wie da die Performance ist. Laut Google soll man sich hier keine Gedanken machen, es würde mehr Traffic generiert werden, weil einfach noch mehr Leute Google nutzen würden, sodass ein bisschen die Hoffnung von den Google-CEOs. Ja, gehen wir ein bisschen weiter mal die ganzen Quellen durch, was da jetzt eigentlich alles gemeldet wurde. Erste Dramen, die es gibt, aber erst nach der Reihe und zwar gibt es ein interessantes Interview von dem Google-CEO Sander Pichai, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, zu den AI-Overviews. Und ja, es werden höhere Klicken raten als außerhalb erwartet, also sprich, dass Antworten mit Links eben mehr eine höhere CTR haben, also sprich, mehr Traffic generieren. Das Engagement der Nutzer kann steigen, weil sie natürlich noch länger bei Google hängen bleiben und auch interagieren mit der KI. Also sprich, wie bekomme ich meine Couch richtig gereinigt, ach ja, geht das, kann man nicht auch das nehmen, also sprich, ein richtiger Dialog entsteht. Also noch mehr blaue Links in Anführungszeichen, in jedem Fall in AI-Overviews, also so graue Kästen in Form von organischen Links können dadurch natürlich erscheinen. Also sprich, das wird die Zeit so ein bisschen zeigen, dass wir natürlich alles so vorhersagen, da weiß man natürlich nicht, ob das wirklich so geschehen wird. Auch wurde Sander gefragt, warum der Google-Traffic nicht in der Search-Konsole gezeigt wird, also sprich, der Traffic über die AI-Overviews. Und hier ging es darum, dass er gesagt hat, dass man die Menschen dazu bringen will, natürlich nur rein für den User zu schreiben, die besten Antworten zu liefern, der Rest passiert dann ganz von alleine. Also er hat natürlich große Angst, dass die ganzen Spermer nur auf die AI-Overviews gehen, versuchen die KI zu verwirren und da eben ihre organischen Links zu platzieren. Deswegen sind sie hier sehr, sehr vorsichtig, um wirklich da Zahlen, echte Zahlen, echten Traffic-Werte zu ermitteln, in der Search-Konsole auszuweisen. Das ist mal so ein bisschen meine Vermutung, aber hier steht einfach, dass man Menschen dazu bringen will, gute Inhalte zu erstellen und detailliertere Informationen will dazu führen, dass Menschen sich daran auszurichten. Naja, sei mal dahingestellt, es ist auch wieder, zeigt einfach, dass Google nicht wirklich transparent ist und ja, wir sollen einfach schön brav nach deren Nase tanzen. Und bloß nicht die AI-Antworten zu spammen. Bin ich mal gespannt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie die Anfangszeiten von dem ganzen SEO-Kram, dass man sehr, sehr viel Spam betreiben konnte, um eben die AI-Antworten reinzukommen. Und dass Spam scheinbar funktioniert, das habe ich auch schon in einigen Postings gesehen. Auch spannend die Aussage bei dem Interview, es gibt keinen eindrücklichen Trend bei sinkendem Traffic. Also sprich auch wieder hier die Aussage, es werden mehr Menschen nutzen, diese KI, mehr Menschen werden Google allgemein nutzen, also können auch noch mehr Menschen die blauen Links anklicken, die Sponsored Posts anklicken etc. Also Webmaster sollen sich hier erstmal keine Sorgen machen. Also das ist so ein bisschen Beschwichtigung, sage ich mal. Google sitzt natürlich hier in der Mitte, sie müssen technologisch immer den nächsten Fortschritt mitnehmen, sonst sind die Aktionäre sauer. Aber zugleich können auch die ganzen Publisher, von denen sie kostenlosen Content generieren, bzw. bekommen, um ihre KI zu füttern. Den können sie so gesehen auch gar nicht einfach so klauen und müssen nach wie vor diesen Deal festhalten oder auch einhalten. Weil wir produzieren kostenlos Content, also wir Publisher und dafür bekommen wir kostenlosen Traffic. Wenn Google diesen Deal bricht, dann wird natürlich immer weniger Content generiert werden, bzw. wenn da kein Revenue mehr ist. Also besonders die ganzen größeren Verlagszeitungen, Publisher, Newsseiten etc. Wenn da kein Organic Traffic mehr kommt oder dieser Traffic schwindet, dann schwindet natürlich auch Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Also es ist eine Riesenkette, die dann, sage ich mal, zusammenbrechen kann. Da ist Google natürlich auch immer gefragt, hey, da auf jeden Fall eine goldene Mitte zu finden und das dürfte sehr, sehr schwierig sein. Hier versucht erst zumindest Interviews zu beschwichtigen und sagt, hey, es gibt keinen eindeutigen Trend bei sinkenden Traffic. Und ja, das wird eigentlich die Zeit zeigen, ob das so sein wird oder eben nicht. Ja, wie vorhin schon erwähnt, natürlich sind die Spammer schon schwer aktiv und haben auch die AI-Overviews schon im Ziel natürlich. Wenn man sich hier so ein paar Beispiele anschaut, hier von Lily Raid zum Beispiel, doch recht bekannte SEO-Consultant, SEO-Expertin, whatever, was man auch gerne dazu sagt. Also sie schreibt hier in ihren LinkedIn-Post, dass es wirklich sehr, sehr viele Spammer gibt aktuell. Also sprich, die ganzen Google-Filter, die ganzen Filter, die Spam bekämpfen sollen, die Spam-Seiten weg, fernhalten sollen für den Serbs, scheinen noch nicht aktiv zu sein in den AI-Overviews. Also siehst du immer wieder, auch hier das Beispiel, welchen in den Show-Notes entsprechend verlinken, dass hier doch sehr, sehr viele, doch sehr, sehr merkwürdige Seiten in den AI-Overviews als vertrauenswürdige Quellen genannt werden. Also da muss Google auf jeden Fall schleunigst nachholen. Spannend zu sehen ist auch, dass ganz, ganz viele Quellen, die in den Overviews erscheinen, gar nicht in den Top 100, in den Serbs ranken. Und sprich, das sind Seiten, die überhaupt gar nicht vertrauenswürdig sind, die eigentlich den Google-Filter gar nicht bestanden haben, die ganzen Ranking-Faktoren, aber trotzdem in den AI-Overviews kommen. Also absolut fatale Signale und man sieht da einfach wieder, dass hier scheinbar noch gar keine Filter, gar keine Barrieren vorhanden sind oder angewendet werden in den AI-Overviews. Auch spannend hier eine kleine Studie auf LinkedIn, die veröffentlicht wurde, hier wurden 25.000 E-Commerce-Suchanfragen untersucht. Man sieht hier, dass nur bei 16% der Queries überhaupt KI-Antworten ausgespielt worden sind und 80% der Quellen überhaupt gar nicht organisch vorkommen, sondern wirklich nur in den AI-Antworten ausgespielt werden. Also irgendwelche Filter werden hier definitiv nicht angewendet und ja, die Spammer haben momentan scheinbar hier, zumindest in den AI-Antworten, leichtes Spiel. Ja, wie du merkst, lieber Zuschauer, in dieser Folge werde ich halt sehr, sehr viele Meinungen wiedergeben von anderen, die AI-Overviews schon getestet haben. Wie gesagt, uns ist es in Europa noch verwehrt und ich will mir hier erstmal noch kein wirkliches finales Urteil bilden, das müssen wir einfach schauen, was dir Zeit bringt. Aber es gibt so viele spannende Aussagen da draußen, die sind auf LinkedIn, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, deswegen gibt es dieses kleine Video. Und zwar hat unter anderem Scott Jensen, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, gesagt, dass das ganze AI-Projekt, wo er selbst mitgearbeitet hat, dass es doch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, dass er so eine Art Panik-Projekt war, wo die Leute nicht wirklich stark motiviert waren, dass, hey, wir müssen jetzt irgendwie eine KI reinbauen, haben eigentlich nicht wirklich Bock drauf, dass es irgendwie sinnvoll ist. Und das ganze Ding fühlt sich so ein bisschen an wie Google Plus. Ja, Google Plus, die Social-Media-Plattform, die schon vor Ewigkeiten eingestellt worden ist und die ein absolutes Desaster war. Und so fühlt sich das Ganze aktuell für ihn auch an. Das ist ein Projekt, was eher stiefmütterlich behandelt worden ist und nicht wirklich von Erfolg gekrönt werden sein kann. Ist seine Meinung. Wir müssen schauen, was ja die Zukunft verbringen wird. Nach meiner Meinung ist es erstmal gut zu sehen, dass nur bei sehr, sehr wenigen Prozent der Suchanfragen wirkliche AI-Overviews kommen. Also sprich, die Google-Subs werden nicht komplett zerstört. Es kommen auch blaue Links in den AI-Antworten vor, was ebenfalls sehr, sehr gut ist und müssen einfach schauen, was die Zeit bringt. Laut Scott Jensen hier ist es eher so ein Projekt wie Google Plus, was vielleicht früher oder später eingestammt wird. Wer weiß, wer weiß, was passiert. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, auch spannend zu sehen, laut Google Trends gibt es in den USA schon Leute, die nachsuchen, how to turn off AI on Google. Auch wenn es nur ganz, ganz kleine Zahlen sind, laut Google Trends. Aber es gibt schon mal die Suchanfrage, dass Leute einfach googeln, hey, wie kann ich diese blöde KI namens Gemini einfach ausstellen. Sehr, sehr spannend, ob hier dieser Grafik gesteigen wird. Ich glaube, das hängt auch einfach davon ab, wie gut die KI sein wird und wie oft die entsprechend ausgespielt wird. Aber ja, witzig fand ich hier diesen Verlauf irgendwie schon mal. Ja, jede neue Technologie bringt natürlich auch entsprechende Ängste mit sich. Und da ist natürlich die KI allgemein auch von betroffen, dass es natürlich Personen gibt oder Personenkreise gibt, die vor KI-Einsätzen warnen. Es gibt auch einen ganzen Wikipedia-Artikel dazu. Extenzielles Risiko durch künstliche Intelligenz, also hier ist die Apothese, dass die komplette Menschheit aussterben wird aufgrund von Intelligenz von KI-Roboter, die die Menschheit übernehmen. Keine Ahnung, so ein bisschen Terminator-Flair. Ich glaube, im aktuellen Stadion von der Google-KI Gemini müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen, weil unter anderem auch solche Antworten kommen. Google empfiehlt Klebstoff zum Pizza-Backen. Die KI hat einige Patzer und ist weit, weit davon entfernt, perfekt zu sein. Gemini kann man hier in Deutschland natürlich auch testen. Schon unzählige Male mal versucht und probiert ein bisschen herumzuexperimentieren. Und ja, die Antworten können nach meiner Meinung nicht mit Chachibiti mithalten, sind eher einfach gehalten, beziehungsweise sind noch mehr leere Phrasen drin, die einem nicht wirklich viel weiterhelfen. Persönlich finde ich Chachibiti deutlich besser, aber das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache erstmal. Sind beide KIs auch, wie gesagt, überhaupt gar nicht gut. Und das ist auch immer die Empfehlung. Ja, einer KI natürlich nicht blind zu vertrauen, besonders wenn es um Pizza-Backen geht. Da auf jeden Fall bitte aufpassen, auch sonst generell immer jede Antwort, wie man selbst im Netz rumsurft, immer alles ein bisschen kritisch hinterfragen, nicht alles blind vertrauen. Dass KI natürlich trotzdem gefährlich sein kann, natürlich nicht direkt zum Weltuntergang führt, aber trotzdem Traffic uns klaut. Das ist die große Angst von vielen News-Publishern. Die schlagen nämlich schon Alarm wegen Googles neuen AI-Serbs, also sprich, dass hier sowas wie CNN oder andere größere News-Seiten halt sehr, sehr viel Traffic verlieren werden, weil eben eine KI, deren Content nimmt, zusammenfasst, als eigene Idee ausspielt und der User dann überhaupt gar nicht mehr auf irgendwelche organischen Links klicken muss. Das ist natürlich auch eine berechtigte Sorge. Wir fassen zusammen. Alle haben so ein bisschen Panik, alle belächeln die AI-Overviews. Ich habe heute hunderttausendmal dieses Wort gesagt, ich versuche es jetzt nicht mehr zu sagen. Die KI-Antworten sind auf jeden Fall da und alle haben so ein bisschen Panik davor. Was letzten Endes bringen wird, Google versucht so ein bisschen zu beruhigen, besichtigen, hey, mehr Leute werden die KI nutzen von Google. Also sprich, es gibt Möglichkeiten, blaue Links, aber auch Sponsored Posts natürlich entsprechend auszuspielen. Die KI-Antworten werden momentan in den USA nur bei sehr, sehr wenigen Suchanfragen ausgespielt, also um die 10 bis 20 Prozent scheinbar. Sprich, also gibt es noch sehr, sehr viele andere Suchanfragen, wo eben keine KI-Antworten kommen. Und da kann natürlich auch weiterhin ganz mal die 10 blauen Links erscheinen. Allerdings hat sich die Suche auch in den letzten Jahren immer wieder krass verändert. Oder das Einspielen von einem Knowledge Graph, von den Future Snippets. Ja, die Suche verändert sich. Und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass wir uns die 10 blauen Links zurückwünschen, wo einfach nur ein paar Ads oben drüber waren. Das ist einfach nicht mehr so. Das ist heutzutage nicht mehr modern. Da muss man mit der Zeit gehen. Und nach wie vor können wir Webmaster, aber auch wir SEOs, unsere Kunden sehr, sehr viel Traffic nach wie vor über die Google-Suche generieren. Die Google-Suche ist nach wie vor einer der größten Traffic-Quellen. Also weit abgeschlagen kommt die ganzen Social-Media-Kram etc. Also Google ist nach wie vor einer der schlechsten Traffic-Kanäle. Und ja, wir müssen uns vielleicht für bestimmte Queries auch einfach darauf einstellen, dass weniger Traffic kommen wird. Jetzt will ich allerdings zeigen, wie man in diese AI-Overviews reinkommt. Und jetzt habe ich es gesagt, verdammt, die Google-SGE-Antworten, wie man da reinkommt, das wird halt sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Konferenzen auch, was es da dann für geheime Tricks, in Anführungszeichen, wieder mal geben könnte. Wie man denn da reinkommt, das bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, SEO lebt, SEO wächst, genau wie die Google-Suche und das bleibt einfach spannend. Wer rastet, der, ja, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber der bleibt einfach hängen. Und das ist für uns SEOs sehr, sehr wichtig, für alle Webmaster draußen, die Google-Traffic beziehen. Man muss einfach weiter am Ball bleiben. Deswegen ist Suchmaschinenoptimierung ein kontinuierlicher Prozess und niemals irgendwie abgeschlossen mit einem Audit und zwei Monate Umsetzung, damit irgendein Tool einen grünen Balken anzeigt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Google, SEO ist ein fortlaufender Prozess, um für Google zu optimieren. Das muss, glaube ich, jedem klar sein mittlerweile. Und ja, wir sind einfach mal gespannt, was denn diese KI-Antworten bringen und wann sie überhaupt ausgespielt werden in Deutschland, was es da noch für Dramen gibt, wann die ersten Verlage Google verklagen werden, wie der Traffic sein wird. Das muss einfach die Zeit zeigen. Ich würde einfach sagen, bleib einfach am Ball, optimiere fleißig deine Seite weiter. Es wird wahrscheinlich ganz viele Third-Party-Tools geben da draußen, die auch dann den Traffic anzeigen werden oder zumindest die Ranking-Position anzeigen werden, ob denn der Content auch in die KI-Antworten gezeigt wird oder eben nicht. Und dementsprechend kann man auch für KI-Antworten früher oder später sehr gut optimieren. Und ja, ich würde sagen, das war es schon mit der heutigen Folge. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann habt ihr mit den Kommentarbereich. Bis dann, macht's gut. Ciao.